Der schönste Leib, ein Schleier nur, in den sich schamhaft, schöneres hüllt. Wie viel verdrießliche Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz? Alle guten Dinge sind starke Reizmittel zum Leben, selbst jedes gute Buch, das gegen das Leben geschrieben ist. Alle Dichter und Schriftsteller, welche in den Superlativ verliebt sind, wollen mehr als sie können. Solange man dich lobt, glaube nur immer, dass du noch nicht auf deiner eigenen Bahn, sondern auf der eines anderen bist. Man soll sein Herz festhalten, denn lässt man es gehen, wie bald geht einem da der Kopf durch. Die Einsamkeit macht uns härter gegen uns und sehnsüchtiger gegen die Menschen, in beidem verbessert sie den Charakter. Menschen, die nach Größe streben, sind gewöhnlich böse Menschen, es ist ihre einzige Art, sich zu ertragen. Für das, was einer ist, haben seine Vorfahren die Kosten bezahlt. Glück liegt in der Geschwindigkeit des Fühlens und Denkens, alle übrige Welt ist langsam, allmählich und dumm. Bei einem längeren Gespräche wird auch der Weiseste einmal zum Narren und dreimal zum Tropf. Geist macht Frauen alt. Nur aus Liebe entstehen die tiefsten Einsichten. Man soll von sich nichts wollen, was man nicht kann. Es kommt in der Wirklichkeit nichts vor, was der Logik streng entspreche. Gegen die Männerkrankheit der Selbstverachtung hilft es am sichersten, von einem klugen Weibe geliebt zu werden. Der Mensch ist schwer zu entdecken und sich selber noch am schwersten. Die Ehe ist genauso viel wert, als die, welche sie schließen, also ist sie, durchschnittlich, wenig wert. Die Grenzen der Vernunft begreifen, das erst ist wahrhaft Philosophie. Das Beste an einem großen Sieger ist, dass er dem Sieger die Furcht vor einer Niederlage nimmt. Wenn die Ehegatten nicht beisammen lebten, würden die guten Ehen häufiger sein. Nicht die Abwesenheit der Liebe, sondern die Abwesenheit der Freundschaft macht die Unglücklichen ihn. Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche eine bestimmte Art von lebendigen Wesen nicht leben könnte. Zweierlei will der echte Mann, Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib, als das gefährlichste Spielzeug. Wenn ihr mehr an das Leben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem Augenblicke hinwerfen. Der große Stil entsteht, wenn das Schönste den Sieg über das Ungeheure davon trägt. Ein Deutscher ist großer Dinge fähig, aber es ist unwahrscheinlich, dass er sie tut. Wer seine Gedanken nicht auf Eis zu legen versteht, der soll sich nicht in die Hitze des Streites begeben. Das Böse ist des Menschen beste Kraft.